Katharina, Barbara, Thorsten. Die beiden studieren Jura, ich Kunstgeschichte. Sie sind jung, dynamisch, pflichtbewusst. Wir stehen ja hier kurz vor unserem Examen. Wir hatten mit ruhigeren Nachbarn gerechnet. Es ist halt einfach eine total sensible Zeit gerade. Und das sind die Neuen. Anne, Johannes und Eddie. Warum wohnt ihr jetzt wieder zusammen? Es ist lustiger, es ist billiger. Wir können euch nicht helfen. Was meinst du denn? Wir haben mal was schweres tragen, mal zur Apotheke, mal was im Handymenü erklären. All diese Sachen. Wir haben keine Kapazitäten. Haben wir die irgendwie erschreckt? Hallo? Die haben mich erschreckt. Seid ihr nicht auch einfach echt ein bisschen alt für das viele Feiern? Ihr seid die Woche dreimal Treppenhausputzen. Wir putzen kein sauberes Treppenhaus. Ab jetzt bis Ruhe. Absolute Ruhe. Sonst lernt ihr uns kennen. Ich hab nur zwei Flaschen. Sind die noch von Silvester? Wenn ihr damals ein bisschen flotter gewesen wärt, dann müssten wir heute nicht über Studiengebühren diskutieren. Oh, das sieht ja scheiße aus. Lust auf eine Runde Joggen? Thorsten? Wie geht's denn? Wenn irgendwas ist, sagt Bescheid, ja? Wer ist das denn? Machen wir zu laut? Zu nett? Zu alt? Du solltest beim Joggen gesagt, dass wir Bescheid geben können, wenn wir was brauchen? Die von oben sind im Arsch. Die gehen nicht einkaufen, nicht arbeiten, nicht in die Uni. Wie hat er das damals gemacht? Dann geh mal hoch, dann siehst du, wo der Unterschied liegt. Mit welcher Systematik hast du denn da ran? Fang vorne an und hör hinten auf. Du würdest nicht glauben, dass da irgendwo ein Ende kommt? Nee, Moment. Stopp. Ich werde die Prüfung nicht schaffen. Dann habe ich kein Examen. Und dann werde ich so N wie ihr. Ich habe ein Examen. Ich werde die Prüfung nicht schaffen.